Jo, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer Runde Unturned. Ich muss mich mal eben um den Zombie kümmern, der hier draußen meine Tür anfrisst, ne? Wo ist der? Da. Oh. Mein Fenster hat sich wieder minimiert. Aber so geht's nicht. Die können doch nicht hier immer das kaputt fressen. Guck, mir liegt hier immer einer was vor die Tür. Das ist der perfekte Platz. Und ich glaube, ich baue mir heute mal eine Tür. Das tut Not. Gut, dafür brauche ich Bolzen, glaube ich. Und Wooden Frames, ne? Guck mal, 80 Holz habe ich gesammelt. Jetzt kann das richtig abgehen, ne? So, ich mache aber erstmal hier so ein bisschen nur. Das verkrafte ich hierzu. Warte jetzt so? Ne. Wie war denn eine Wooden Door? Wo steht es denn hier? Muss mal eben gucken. F, Door. Wooden Door. So, ein Wooden Frame und zwei Wooden Bowls. Ah, okay. Alles klar. Das ist natürlich immer gut zu wissen. Ähm, okay. Dann machen wir noch die Wooden Frames. So. Ach, scheiße. Jetzt habe ich das verkraftet. Ich dumme Volltrottel. Äh, ich wollte doch eigentlich das so machen. Craft all. Die da hin und das hier hin. Und dann habe ich zwei, drei. Ach komm, ich mache einfach mal vier Stück. Dann habe ich auf jeden Fall welche auf Halde, ne? So, diesmal setze ich die Tür auch ein bisschen vorsichtiger ein als letztes Mal. So. Jetzt passt sie genau. Wunderbar. Äh, ich habe hier auch noch mehr vorbereitet. Also, ich habe auch natürlich schon noch Fenster und, äh, hier Türen gebaut. Ähm, ich lege mal eben die Bolzen wieder weg. Und dann heize ich gleich mal hier ein bisschen los und vergrößere meinen riesen Anwesen. Ich meine, das brauche ich ja. Wooden Foundations brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Ja, die waren unnütz. Aber egal. So, hier hatte ich die. Ah, kann ich sogar alles tragen. Das ist perfekt. Pillars nehmen wir auch nochmal mit. Die Windows lege ich mir schon mal rein. Weil dann kann ich ja jetzt hier lieber was Sinnvolles machen. Ne? Wenn ich im Dunkeln rumsitzen muss schon. Hier wollte ich ein Doorway rein machen. So. Und zwar ein Doorway. Okay. Hier wollte ich auch ein Doorway. Ich glaube, ich mache aber hier den Doorway rein. So. Guck mal, da haben die Türen sich ja schon gelohnt, so viele zu bauen. So, da machen wir mal eine rein. Hier drüben natürlich auch zu meinen Gewächsdingern. Genau, wollte ich euch noch zeigen. Hier habe ich jetzt so Gewächse, also quasi wie Gewächshäuser, ne? Diese Greenhouse Foundations. Und da spawnt jetzt immer schön Essen für mich, ne? Zwischendurch verwandle ich mal wieder welche in Samen. Und dann kann ich aber wieder nachlegen. Zack. Und davon wird man auch gut satt. Gleiches gilt für das hier. Hier ist auch nochmal, ähm, ich glaube Weizen ist das. Ja. Ne? Die kann ich dann halt so auch wieder umwandeln. Äh, ne. So, ich wollte... Ach ja. Das geht ja nur, wenn ich hier drin bin. Dann kann ich nämlich mit STG-Links-Klick-Midi wieder ausrüsten. So. Machen wir mal hier hin. Zack. Dann wächst hier wieder schön was und ich kann dann davon weiter futtern, ne? So. Die Windows müssen hier rein. Hier muss ein Window rein. Hier vorne, die lasse ich einfach mal so. Und ich glaube, hier mache ich auch ein Window rein. Ja. Und jetzt habe ich keine mehr, ne? Jetzt habe ich nur noch Doorways. Okay. Wo mache ich denn nochmal eine Doorway hin? Hier hin? Ja, ne? Sieht doch ganz cool aus. Wenn hier oben so eine Tür ist. Die stellen wir natürlich auch noch da rein. So. Schön gerade. Soll ja episch auch aussehen hier, ne? Okay. Dann werde ich jetzt nochmal runtergehen und noch ein paar Fenster craften. Dafür verwandle ich, glaube ich, erstmal hier die ganzen Stöcke in dieses Support Beams. So. Jetzt habe ich hier 32 Support Beams. Und ich brauche, ne, die brauche ich dafür. Okay. Jetzt kann ich das ganze Holz eigentlich, weil ich da so habe, vielleicht nicht das ganze 80er Stack, weil das wird nicht in mein Inventar passen, mal aufheben und das verkraften. Aber vorher lege ich mal eben hier kurz die Muni weg. So. Weil ich sammle jetzt auch Munition so langsam, weil bald gehe ich auf Jagd, ne? Okay. Ich mache mal auf... So. Ich mache mal 24 Stück. Die verkraften wir erstmal komplett. Und jetzt die wooden walls. Waren wooden frames. Okay. Dann kann ich erstmal die alle verkraften hier. So. Alles weg. Craft. Ne. Nicht das noch. Nicht jetzt ganz viele Dinger verkraften. Das wäre nicht gut. Kann ich jetzt zurück machen? Ne. Geht nicht. Okay. Dann brauche ich dazu jetzt noch die wooden supports. So. Ich hebe mal auf, so viele ich kann. Okay. Wir sind auch gar nicht da. Auch nicht schlimm dann. Und... Ach ne. Pillars brauche ich dafür, ne? Wooden wall. Ach ja, genau. Klar. Pillars. Was soll ich denn mit den Dingern hier? Also... Da habe ich nur drei Stück. Ja, das ist natürlich jetzt schlecht, ne? So. Du. Warum geht der immer da unten hin? Ich verstehe es einfach nicht. Okay. Drei Dinger habe ich. So. Dann mache ich jetzt noch ein bisschen Holz klein. Das lasse ich so lange mal hier. Ähm... Was brauche ich denn noch? Ich brauche die Support-Dinger gleich noch. Dat hier. So. Äh... Daraus machen wir mal Holzplanken. Ne? Ne? So. Jetzt legen wir die hier rein. Und die da. Und dann haben wir hier einfach mal 15 Pillars. Voll geil. So. Holz lasse ich mal hier. Die paar, die übergeblieben sind. Zack. Äh... Jetzt muss ich aus der Kiste wieder das hier mitnehmen. Die sind sehr schwer, die Dinger. So. Okay. Warum macht der den immer da unten rein? Ich raffe es einfach nicht. So. Wooden walls. Jetzt brauche ich nicht die hier. Sondern eigentlich noch mehr hiervon. Und davon habe ich keine mehr. Toll. Hab ich hier noch welche? Ne. Das ist jetzt scheiße. Äh... Okay. Aber drauf geschissen. Ne? Ist halt scheiße. Drauf geschissen. Machen wir schon mal Doorways da draus. Haben wir schon mal wieder zwei? Guck mal. Wooden Rampart. Stehe ich nicht. Ach so. Oder so eine Balustrade vielleicht. Ich crafte einfach mal eins. Und probiere das mal aus. So. Equip. Ah. So was Kleines. Ja. Das ist doch perfekt. Das kann ich doch schön... Hier so hin machen. Dann sieht das auch nett aus. Guck mal. Geil. Das mache ich hier hinten auch. Hoffentlich geht das da ohne... Ohne Pfeiler. Okay. Wie war das noch? Das Ding hier rein, ne? Eins craften. Ich brauche aber zwei. So. Das nehmen wir mal. Und ich habe es mir fast gedacht, dass es ohne Piller nicht geht. Verdammt. Okay. Aber hier will ich ja auch offen lassen eigentlich, dass man hier so runter gucken kann. Dann kann ich hier auch noch welche hinstellen. Das sieht dann cool aus. So. Da noch einen hin. Okay. Dann wieder ab nach unten. Mal ein paar Sticks produzieren. Oder gucken, ob ich irgendwo noch welche rumfliegen habe. Ne. So. Ich mache jetzt einfach Sticks for life. So. Wo habe ich die... Ach ne. Die Säge habe ich bei. Oh, scheiße. Warum musste das jetzt so laufen? Also. So. Das noch. Jetzt habe ich genug Sticks. Für immer. Hoffentlich. Die lege ich jetzt mal kurz hier alle ab. Damit ich Platz habe, das scheiß Holz aufzuheben da. Oder eher gesagt Gewicht. Weil das wiegt ja gerade hier diese Locks, ne? So. Wo habe ich denn noch Bretter drin? Hier habe ich noch Bretter drin. So. Jetzt kann ich da wieder alles aufheben. Zack. Jetzt machen wir hier draus mal Support-Dinger. So. Support-Dinger. Zack. 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 Die brauche ich sowieso. Äh. Dann kann ich die Wooden Wall hier reinschmeißen. Und zwar nicht da unten. Warum denn? Warum macht ihr das immer? Egal. Geil. So. Das lassen wir erstmal. Neun Stück. Und die kann ich jetzt nochmal aufbauen. Mit den hier. Und dann wäre da draus Fenster. So. Und ich brauche auf jeden Fall eh noch neun Fenster. Also mache ich die einfach mal. Und da habe ich schon wieder was fertig. Geil, ne? Und so viel Holzgefarme war das eigentlich nicht. Das ging noch. Also hat sich auch für mich in Grenzen gehalten. Der ja doch zu etwas unruhigeren Art gehört. Nicht? So. Ich hätte das natürlich auch da hinten verbinden können. Was irgendwie epischer gewesen wäre. Aber egal. Ich lasse es jetzt so. Guck mal. Durch die Fenster kann ich auch rein und raus. Weil sonst komme ich ja gar nicht hier hin. Das ist ja sonst Panne. Also. Egal. Ich baue jetzt erstmal das hier so. So. Hier möchte ich einen Balkon haben. Und hier baue ich jetzt erstmal die ganze zweite oder erste Etage quasi auf. Warum lässt er sich denn nicht hier platzieren? Kannst du mir das mal sagen? Der geht. Der geht. Und das geht. Ich wollte schon sagen. Musste doch gehen, ey. Okay. Und hier kann eigentlich auch noch eins hin. Dann habe ich ja schon mal nach außen hin die nächste Hürde gepackt hier. Das sieht doch schon mal ganz nice aus. Okay. Dann Marona. Noch ein bisschen was craften. Ich brauche auch noch so wooden Plattforms. Warte nochmal. Das war. Jetzt liegt das ganze Scheißzeug hier wieder rum. Weißt du. Mann ey. Ich will das nicht. Dass das immer hier rumfliegt. So. Erstmal alles hier rein. Zack. Okay. Die wooden Plattform. Wie ging die hier nochmal? Das war drei wooden Plate und einen wooden Cross. Dafür brauche ich erstmal. Obwohl. Ich habe ja noch ein paar Bretter hier. Und da habe ich auch noch ein Plate. Und dann vercrafte ich das mal. Äh. Und. Was war es jetzt noch? Äh. 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 Irgendwo da steht es doch. Mein Gott. Bin ich jetzt blöd? Äh. Wooden Plattform. Und einen wooden Cross. Genau. So. Machen wir das doch mal. Eine. Brauche ich nur eine? Ja. Ich brauche nur eine. Okay. Die mache ich dann nämlich. Einfach noch da außen dran. Als einzelne Kammer so. Da wo ich gerade gesagt habe. Da mache ich nichts mehr. Aber ich mache da jetzt Sonnenrad. Also. Ne. Hier so quasi. Oh. Kann ich die hier nicht platzieren? Was ist denn für eine Scheiße? Weil die Mauer drüber hängt oder was? Das ist aber doof. Naja. Kann man nichts machen. Und. Was ich als nächstes mal noch anstreben werde. Ist eine Kettensäge. Weil die hätte ich gerne. Das würde mir nämlich das Farben noch ein bisschen erleichtern. Und. Ich glaube ich werde mich jetzt mal eben ein wenig leer machen hier. So. Das. Ne. Die. Ach doch. Habe ich ja. Nur einmal. Das hier rein. Das andere schmeiße ich noch hier rein. Und ich würde sagen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und dann werde ich mal so die Farben abklappern. Und mal gucken was ich da so finde. Weil da soll die Spawnrate von der Kettensäge wohl relativ hoch sein. Und ich werde. Ich werde es versuchen. Ne. Also. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.